So, hier sind wir wieder zurück, die Lena und die Annalena. Wir haben jetzt ungefähr 70 Minuten diskutiert, was die nächste Challenge oder die nächste Herausforderung sein wird. Und diesmal durfte Annalena wählen und sie kommt von Garnetanz. Das heißt, sie ist richtig gelenkig und richtig sehenbar. Das bin ich nicht. Und sie hat den Standspagat vorgeschlagen. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine inkorrekte Ausführung. Aber die Challenge wird sein, wer in dieser Position halbwegs auf einem Bein stehen bleibt, oder? Kommt mal am längsten, ne? Das soll ja auch eine Herausforderung werden für dich. Alles klar, ich bin bereit. Okay, ich auch. Dann geht's los. Eins, zwei, drei. Wenn wir erst mal zehn Minuten brauchen, da reinzugehen, dann ist man schon mal viel gespart. Sag mal kurz. Komm mit mir an! Ich kann das natürlich auch nicht so schwer machen. Ich kann ja jetzt mal mit abziehen. Ich kann ja jetzt mal mit abziehen. Du wackelst ja schon ganz schön, oder? Annalena, was ist da los? Was ist da los? Nee, kannst du nicht schwerer gehalten, oder? Das wird schon schwierig. Das Bein, das zieht. Da kommt der Wind von der Seite. Kann das schon mit einer Stunde, ja, ne? Annalena, stehen bleiben. Einfach mal stehen bleiben. Sein Bein war auf sich gestellt. Oh, Annalena fällt, sie fällt, sie fällt. Was hält sie denn nicht? Ich muss da mal einen Arm strecken. Mein Bein ist gestreckt. Gefühlt. Bein. Steck dein Beinchen, steck dein Beinchen. Es geht nicht mehr. Streck es. Hier. Streck dein Bein. Du starrst. Und ein Bein. Du weißt da. Ich wollte den Schnappf predigen. Wichtig, das war. Wichtig, wie denn? Können wir aufgeben? 3, 2, 1 Auf! Es ist okay!